die auszahlung des rentenzuschlags bis 7,5 prozent hat heute am 10 juli 2024 begonnen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die ja meine damen und herren gute nachrichten wir haben eine e mail bekommen von einer kundin von uns und die bezieht seit 2012 eine rente wegen voller erwerbsminderung und sie teilt uns voller freude mit dass sie heute mal auf ihr konto geguckt hat und siehe da der rentenzuschlag wurde gezahlt und zwar in höhe von 7,5 prozent sie hat uns jetzt nicht den genauen betrag genannt das war auch jetzt erstmal überhaupt nicht wichtig sondern entscheidend war wirklich für sie dass dieser extra rentenzuschlag tatsächlich auf ihr konto gegangen ist herzlichen dank liebe rentenversicherung sie haben also zumindest in diesem fall ihr wort gehalten und ich gehe davon aus dass die anderen knapp 3 millionen rentenbezieher die davon betroffen sind also von dieser günstigen rechtslage dann umfasst sind dass sie dann auch heute noch oder in den nächsten tagen bis zum 20 juli 2024 diesen extra rentenzuschlag bis 7,5 prozent ausgezahlt bekommen warum sage ich bis 7,5 prozent ja wir haben zwei zahlungsoptionen einmal 4,5 prozent und einmal 7,5 prozent und unsere mandantin hatte glück sie bekommt die 7,5 prozent und alle diejenigen deren em renten nach dem 30 6 2014 bis 31 12 2018 begonnen haben die bekommen diesen zuschlag in netto 4,5 prozent ausgezahlt und zwar berechnet mit der schon um die 4,5 7 prozent erhöhten rente ja unsere mandantin bekommt dann noch ihre normale rente gezahlt und zwar ende juli 2027 und zwar mit dem neuen rentenwert berechnet 39 euro und 32 cent ja und das ist natürlich eine feine runde sache das heißt also sie wird jetzt aller voraussicht nach bis zum 31 oder bis zum 30 11 2025 hier diese zwei monatlichen rentenzahlungen bekommen man wird sich da wahrscheinlich schnell dran gewöhnen sich da nicht mehr wundern und dann ab 1. dezember 2025 wird es dann nur noch einen einheitlichen rentenbetrag wie immer geben näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel